Der Bart bräuchte noch so einen ganz kleinen Assistenen. Vor allem der Bart sieht aus wie ein Schnauzer. Die mobben mich, seht ihr das alle? Schwarz auf Weiß hab ich das hier auf Kern. Mobbing. Und sie ist Mobbingleiterin. Mobbingleiterin. Sie ist bei der Kostel. Ein kleiner Flutterfreund. Nennen wir ihn... Keine Ahnung, er ist keine Ahnung. Eine Raume noch. Nur noch eine. Nur noch eine. Also die Fans haben genutmaßt, ob du vielleicht im Lotto gewonnen hast. Assi gewinnt jeden Mittwoch und Samstag im Lotto. Aber hallo. Sex aus Assis Wahl. 666, ne? B******. Entschuldigung, warum haben sie so komische Fingernägel da? Buh. Warum haben sie denn so komische Fingernägel? Das ist ein Ghost Stopp. Das heißt, wenn die Geister kommen, sagen, ne, stopp ey. Halt stopp, jetzt hab ich den. Halt stopp, es bleibt alles hier so, wie es hier ist. Nix wird dran rüttelt, egal ob du hier bist und nicht. Halt stopp, ne. Ist der Briefregier oder was? Komm mir vor wie Mama-Paradies. Ich sag mal was, die haben alle einen an der Waffel. Halt da sowas von voll an der Waffel. Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel, bitte. Sie sind schon wie Fritz geplant. Waffel. Es kommt jetzt sehr überraschend. Laura, es gibt den Sound. transmission 2 Ich bin mir dieser Peinlichkeit bewusst, doch ich habe manchmal Fleischesslust, Fleischesslust, Fleischesslust! Ich hänge sie nur, wer denn darf denn aus? Das hast sie jetzt nicht aufgenommen, gell? Leider zu spät!